Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Al-Tanar. Der neundimensionale arktorianische Rat durch Daniel Scranton Der Wunsch der Massen, übersetzt von Al-Tanar Seid gegrüßt, wir sind der arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Ihr habt den Platz in der Geschichte, den viele andere Wesen gesucht haben. Ihr befindet euch im Herzen von etwas, das so gigantisch ist, und doch wissen die meisten Menschen auf dem Planeten Erde nicht, dass überhaupt etwas passiert. Das ist so, wie es jetzt sein muss. Um Geschichte zu schreiben, ist es immer noch notwendig, dass die meisten Menschen schlafen. Der Grund, warum es notwendig ist, ist, weil ihr die Intensität der Polarität, die ihr gerade auf dem Planeten Erde erlebt, braucht, um euch zu stärken. Ihr braucht den Wunsch nach Veränderung, der bei der überwiegenden Mehrheit von euch so groß sein muss, dass ihr den Wechsel vollziehen könnt. Es ist sehr passend, dass es so viel Unzufriedenheit unter den Massen gibt. Es schafft die idealen Voraussetzungen für den Übergang, auf die ihr gewartet habt. Extreme Polaritäten schaffen ein Bedürfnis nach Ausgewogenheit. Wenn ihr alle zufrieden, wach, friedvoll, friedlich und harmonisch wärt, würdet ihr euch immer noch bewegen und entwickeln. Aber ihr würdet es nicht so schnell tun, wie ihr es jetzt tut. Der Wunsch wäre einfach nicht da. Begieren kann ein wunderbares Werkzeug sein. Es kann ein so mächtiger Katalysator sein. Nun, es ist auch die Wahrheit, dass immer mehr Menschen jeden Tag aufwachen und die Neuerwachten die Neigung haben, sich ermächtig zu fühlen und die Fähigkeit zu haben, zu spüren, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Einige von euch, die schon seit geraumer Zeit wach sind, sind abgestumpft. Andere haben die Hoffnung verloren, aber alle halten mehr Licht in sich. Und diejenigen von euch, die zuerst auf dem Planeten erwacht sind, beleuchten den Weg für den Neuerwachten. Und ihr alle nutzt den riesigen Wunsch nach Veränderung, der im Kollektiv vorhanden ist. Wir sind der Arturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Wir sind der Arturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.